jo leute willkommen zurück zu game of thrones atelte games und ich würde sagen machen wir mal weiter wo wir stehen geblieben sind er hat überlebt roderick nicht und mein kleiner bruder spielt meine schwester nicht wundern wenn die schreien das ist doch garits haus rodrig he won't run home to his father without trying again close on the road surrounded ride hard for either don't turn back if this goes to hell they'll need to know about roderick ja gut macht also be ready to strike the moment i give the order and what order is that vergisst ihr blut gut jetzt wird getötet jetzt wird getötet es wird abgerechnet was sie alles getan haben jetzt gewonnen no griff oh he's a bloody coward ja your brother was the coward you should have seen him squeal oh when griff got it in like a pink töte ihn doch haha m-feel r r Ja, wir lassen ihn lieber zurück. Er wird eh sterben. Ja, das werden wir. Ich wünschte ihn, Asher. Ich werde nie mit ihm essen, käme ihn mit ihm, käme ihn mit ihm. Ich habe ihn nicht mit ihm, käme ihn mit ihm, käme ihn mit ihm. Ja. Die Leute lieben ihn. Wenn er etwas gesagt hat, die Leute glaubten ihn. Roderick, wir haben dieses Haus zusammengebracht, durch sheer force of will. Mein Bruder war ein wahrer Herr. Sie werden mit ihm singen, über ihn, aber du bist der König hier jetzt, wie es oder nicht. Durch die Wahrheit von Lande. Und für diese Leute, du hast mehr als er sich selbst verabschiedet. Ja. Machen wir. Erstmal wird getötet. Oh, die laufen. Okay. Unsere Klängen sind scharf. Das stimmt, Leute. Und jetzt will ich mal mit Garrett weitermachen. Boah, ich frag mich jetzt wirklich, was passiert. Okay. Komm schon, Ladescreen. Und? Passiert auch mal was? Dankeschön. Ah, wir sind doch nur noch mit Asher. Hier. Moment. Hallo. Oh. Roderick hat sich die Schaft. Roderick. Oh. Die Van Lafferbezahlen. Wie kann das passieren? Es macht keinen Sinn. Er ist ein Hörger. Gregor war ein Hörger. Ethan war ein Hörger. Jetzt Roderick? Das bedeutet nichts für mich. Es war seine Verpflichtung, die uns zu helfen hat. Es ist nicht fair. Das werden wir auch nicht sein. Aber... Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Oh, ja. Da wird uns weitelt. Das war ist nicht wovend, Clouds, und ich sage es jetzt. Asher wird unsindig. Asher ist unser Lord! Asher, Asher! 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 Er ist eigentlich eins zu sagen, es ist Renzes und Snow. Dankeschön, Duncan. Ja. My father never trained me to be a lord. This was supposed to be Roderick's sword, but I was trained to fight. And by the gods, I will defend my father's house to the last breath. House Forrester will prevail this day. Ja, half in this. Und hoffen wir, dass die Mörder, besser gesagt, unsere Söldner uns nicht angreifen werden, wenn wir nichts zum Ernten haben. Aber gut. Okay. Jetzt machen wir weiter mit Garret. Ja. Was? Die Kette. Zeig mir die Kette. Oh, das war dein Bär? I could have killed you out there. As easily then as I could now. He's a Worg. The Bär likes your kind even less than I do. So I suggest you shut your mouth. Your blade pierced his shoulder, and I felt the pain as if it were mine. You couldn't possibly understand what that's like. Oh. But I could make you understand. Enough, Jocera. He claims to serve House Forrester. Anyone could say as much. What proof do you have? Die Kette. If you'd have us believe it's not a lie. I was given this by Talia Forrester before I left. It's the Forrester Sigil made from Ironwood. Yeah. The Ambeweiser. The Ambeweiser. You trust this crow? That necklace is Forrester Ironwood. No one else could craft it as well. My friend is wounded. He won't live long without our help. Hy-Vease. Wait! Where are you taking him? Who is this girl? Is she a prisoner? Why else would you be traveling with a wildling? She's my friend. A wildling girl? I told you we couldn't trust him. She'll betray you the first chance she gets. I trust her. My name is Elcera Snow. This is my brother Jocera. What is this place? A refuge against the forces of darkness during the long night. A place of great power to those who know how to use it. I assume that's why you're here. You're a long way from home, aren't you? There must be a reason you've come all this way. House Forrester is in great danger. The Bolton's are the wardens of the north now. Ever since Lord Gregor fell at the twins, the White Sills are... What do you mean? Since Lord Gregor fell? Yeah, that's what we're talking about. Yeah, that's what we're talking about. That's what we're talking about. Yeah, that's what we're talking about. Betrayed by Walder Frey. You didn't know. Of course. How could you? Yeah. He has no idea who we are. Why would he? You're right. He's just a messenger. All he did was use some ironwood necklace they gave him. Why should we trust him with anything? They clearly didn't. Otherwise, he would know. Lord Gregor was willing to trust me. If he was, then you can too. He wasn't the best judge of character. Perhaps Lord Gregor never told anyone. Yeah, that's right. Better to hide his shame where no one could find out. Oh. Ein Angriff for... Ähm, was soll das denn heißen? Ich glaube, Wiedergänger bedeutet... Zombies oder so. Habe ich das Gefühl. Was über sie? Hiftönies. Was? Nein! Lass mich gehen! Lass sie bitte los. Sie haben dir gezeigt, dass sie in Kastel Black kämpfen haben? Ich hoffe, dass sie das gemacht haben. Otherwise, sie werden sie sterben. Ich werde tun, was sie brauchen. Ja. Gut. Okay, was meinst du? Oh, Heirat. Ähm. Ich hätte lieber das untere nehmen sollen, aber es ging so schnell weg, dass ich fast gar nichts drücken konnte. Okay, jetzt ist Mira, du hast jetzt die uninteressanteste Folge, ähm, ja, Folge jetzt. Ja, was ist passiert? Was? Oh. Oh. Was? Ja. Aber... Ja. 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 Oh. Was? Ähm. Autsch. Lauf doch weg. Ja, es wird gut. Hoffentlich. Wir haben so viel geopfert. Jetzt hat irgendwie Garrett die interessanteste Story. Aber dann gut. Und? Beeil dich mal. Lade Screen. Hallöchen. Lade Screen. Hallöchen. Ach Mensch. Moment mal. Ah, jetzt geht's. Gut. Oh. Wo sind wir denn? Hier gelandet. Ah. Bei Escher. Okay, so viel hätte ich nicht erwartet. Wie war das? Wie war das? Wir haben sie gehört, dass es nicht größer ist. Aber wir können das nicht kämpfen. Er hat uns nicht erwartet. Er hat versucht uns zu gefährden. Er hat uns nicht zu gefährden. Ich will alle Kugel auf den Lord Whitehill. Der Moment, dass er hier entsteht. Gut. Tötet jeden einzelnen. Auch den König. Oh, Ryan. Ryan? Fuck. Crossbowl's up! Asher Forrester! Show your face, boy! Ryan! Er hat Angst, Vater. Anya! Was? Halt meine fucking attention! Was willst du, Lord? Was sieht es aus? Ich bin hier, um das zu Ende, einmal und für alle. Du hast deine kleine Revenge an meine Männern. Aber es ist Zeit, dass du die Reise hörst. Ja? Oh. Nein, nein. Das werde ich dir nicht tun. Ich kann die Gage runter und sterben alle von dir. Oder... Wir können die Bloodshed enden, hier und jetzt. Die Krieg ist vorbei, Asher. Das Ende der Moment, Roderick fällt. Von Ramsehsie, und der Krieg. Das werde ich jetzt. Und jetzt? Eine Art oder andere? Du hast so viel Geld in Ramsehsie's Terms, Lord. Terms set by a madman. Terms, die ich nie mitgekriegte. Du glaubst, Lord Ramsehsie wird fragen, ob du in favor of his Terms? Before flaying you alive for breaking them! Nein. Gwyn? Well, fuck me! Asher, du kannst! Das wäre leichter zu glauben, von Gwyn selbst. Wo ist sie? Far weg von all das, natürlich. Beside, ich spreche auf sie als ihr Vater. Hm. Hm. I will just as happily kill you all and be done with it. I am very generously giving you a way to keep your bloody lives. Oh. One last thing. As a show of my good will, I brought you on the body of your Lord. Das tut ja auch noch. Your brother was too stubborn to know when it was over. Roderick, let me see him! I want to see my brother! I'm sure your people will be relieved to keep their lives. We'll never bend the knee to a fucking Whitehill. Get an hour. You will. Unless you want to end up like Roderick here. You have an hour. I'll be waiting in my camp. Eine Stunde bis wir die Armee niederschnetzen also. Armer Ryan. Oh man. Roderick. Äh, gibt's eine andere Möglichkeit? Äh, das will ich machen. Oh man. Aumann. Oh man. I'm sorry little brother. Oh man. Ich habe zu viele, Selmos. Du wirst mehr Zeit, als was du gegeben hast, Bruder. Und eine bessere Tod, als das hier. Die Welt ist leichter für deine Vergangenheit. Ja, das ist es so. Vielleicht ist der Zeit, um wirklich zu lassen, dass diese Blödsinn endet. Wir haben einfach nur ein Verhältnis. Wir bowen uns und Asher mit Gwyn. Das ist nicht die Schmerz, die ich schon gehört habe. Ich kann nicht bowen meine Hände zu den Wighthills, nachdem sie alles gemacht haben. Ich mag Gwyn, aber... Nein. Nein, nicht so wie das. Selbst wenn du mit ihr mit ihm gehst, Ludd würde dich töten als Gwyn produzieren. Es gibt keine Gespräche. Wenn wir auf den Kopf haben, dann werden wir sie immer. Wir müssen sie, Asher. Ich bin auf die Zerrende. Wir gehen und gehen und gehen sie alle. Wir gehen für die Krieg! Wir gehen! Ich will sie, ich will die alle von ihnen zu töten. Aber ich will nicht mit ihr alle zu sterben. Wir haben nicht nur die Zahlen, aber vielleicht nicht. Wir müssen nicht. Ludd regiert das Haus mit einem Ereignen. Seine Brüder, seine Bannermen, tun nichts ohne seine Saison. Es gibt vielleicht 500 Menschen, außerhalb dieser Wall. Without Ludd in der Leid... Sie werden sichern wie ein Küchen, mit ihren Händen geöffnet. Das ist gut, aber wie? Ludd wird nicht einfach aus dem Ludd und aufbauen. Es ist einfach gesagt, aber Ludd ist wütend. Es ist einfach. Wir erzählen Ludd, was er möchte. Wir haben ihn in Zeit, und wir in unsere Union. Und dann? An Ambush. Ihr Pitfighter ist, bis zum letzten Moment. No, ein Ambush ist zu chaotisch. Es könnte schnell gehen, Ludd könnte es gehen. Es ist eine andere Art. Poison. In sein Wein. Ja. Ein Wund. Ein Wund. Ja. Und ein Wund. Lethal. Und direkt. Ja. Ein Wund. 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 verraten kräftig wachsend trophäe bekommen ich würde sagen machen wir das und dann war es auch schleichen schleichen mera da sie ist take her was soll das morgan please you have to help me mera forresta you're coming with us please do something surely you have more dangerous criminals to deal with than lady marjorie's handmaiden we have orders from captain luke let me worry about luke you worry about buying yourself a few tankards on me thank you for keeping our city safe ja gut und schon tschüss can i take you somewhere lady mera okay ich sag mal bis zum nächsten speicherpunkt war es das dann mit 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 Was? Oh, jetzt hat... Also ist er auch ein Krater. Du warst sehr hilfreich, Mera. Aber es ist Zeit, um dich aus dem Weg zu kommen. Du kannst dich nicht komplizieren. Du hast einen Fehler gemacht, Morgren. Ich habe kraftvolle Alli. Ein Wort zu Cersei, und du wirst in der Celle neben der Andross. Du hast einen Fehler, Mera Forrester. Keiner kommt für deine Hilfe. Das ist wirklich? Was wirst du noch verdienen? Wir sind gekommen. Jetzt raus aus meiner verdammten Litter! Oh! Lucan, ich will dich hierher kommen. Ich sehe, dass du etwas gefunden hast. Das hast du, Mera Forrester. Ich habe diesen Mörder für eine lange Zeit geschaut. Und ich dachte, der wäre nett. Also bist du schuld. Mann! Okay, Leute. Ich würde sagen, wie es denn weitergeht, das erfahren wir beim nächsten Mal. Also, Leute. Bis dann. Tschüss! 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 Tschüss!